Hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich war heute auf dem Trödelmarkt und ich habe folgende Sachen bekommen. Und zwar habe ich wieder ein Playmo Space Fahrzeug gefunden. Ich blende mal hier ganz schnell ein, wie es vorher aussah. Ich habe es heute jetzt zum Präsentieren nur einmal ganz kurz grob sauber gemacht. Dann haben wir mitgenommen Der kleine Vampir. Eins, vier, drei und zwei. Die Teile gab es für drei Euro. Dann haben wir noch ein Mad-Brettspiel gefunden, das Original aus den 80ern. Und zu guter Letzt gab es noch Comics. Ja, ein Action-Supercomic, ein richtig fettes Ding. Hier die Nummer 1, dann die Nummer 2, die Nummer 3. Dann ein Comic zu Planet der Affen und zu guter Letzt ein Comic zum Film und zwar Flash Gordon. Und die gab es für insgesamt 10 Euro. Ich bin glücklich damit und wie immer schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Krempel unten in die Kommentare. Tschüss, macht's gut, euer MoviePicker. Ciao.